Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich-Kommentiere-Eure-Kommentare-Video. Ja, Leute, bevor wir uns auf Deverkusen konzentrieren, zum Topspiel am Samstag, werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das Spiel gegen Bremen und ich kommentiere eure Kommentare in Videoform. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Vielen Dank dafür. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Gut, wir fangen an mit den Kommentaren zur Spielanalyse. Gut, Alexander. So eine Maschine, bisher für mich eindeutig Transfer des Sommers. MPP kann da einpacken. Für uns auf jeden Fall Transfer des Sommers, was in MPP angeht. I don't know. Keine Ahnung. Hab ich nicht auf dem Schirm. Weiß nicht, wie der Barrier-Madrid spielt. Ist mir auch wurscht. Kein Spieler von uns, der interessiert mich das nicht. Alpha ist einfach eine Maschine. Er ist trickreich, hat gutes Dribbling, kann Spielgestalter sein und arbeitet sogar für das Team. Noch dazu hat er eine enorme Spielintelligenz. Eine enorme Spielintelligenz. Er macht in jeder Situation das Beste, was er tun könnte. Was für ein Spieler. Ich hoffe, er bleibt fit. Ja, das hoffen wir natürlich für alle unsere Spieler, aber ja, ich kann mich da nur anschließen. Seiya hat mich vor allem gefreut, dass sowohl Upamecano als auch Kim eigentlich immer souverän und abgeklärt gewirkt haben. Gerade, weil die beiden es immer abbekommen, wenn mal ein oder zwei Gegentore fallen, obwohl man offensiv spielt. Da haben sie mal wirklich wie zwei Monster ausgesehen. Denke, hierauf kann man aufbauen. Hoffe auf mehr solcher entspannter Nachmittag und Abende. Ja, ich habe es ja mehrfach jetzt gesagt. Wenn der Innenverteidiger rausrückt und dann da einen entscheidenden Zweikampf verliert, dann sieht ein Innenverteidiger am Ende des Tages nun mal schlecht aus und dann wird er halt auch einfach schlecht benotet. Ob das dann der Spielweise geschuldet ist oder nicht. Klar sollte man das sehen, dass es der Spielweise geschuldet ist, aber am Ende des Tages, wenn der Innenverteidiger da den Ball verliert und dadurch die Fehlerkette losgeht. Ja, da muss man das kritisieren und wenn sie es gut machen, so wie gegen Bremen, hat man ja gesehen, dass es auch geht, dass sie es gut machen, dann werden sie natürlich auch dementsprechend gelobt. Blona, na endlich! Kleiner Scherz. Ich freue mich halt schon immer auf deine Analyse. Es ist schon beeindruckend, wie sehr man jetzt schon, und es ist noch sehr früh in der Saison, die Handschrift des Trainers sieht. Habe ich so nicht mit gerechnet. Natürlich wird es auch mal Nackenschläge geben, aber nicht sehr viele. In dieser Form müssen wir erstmal geschlagen werden. Spielweise ist auf jeden Fall mal toll anzuschauen. Es macht einfach wieder Spaß. Endlich. Ja, ich gehe da voll mit. Ich denke auch, dass wir erstmal geschlagen werden müssen. Natürlich sind wir immer, eventuell, je nachdem wie die Leistung ist, für zwei, drei Gegentore vielleicht gut gegen eine starke Mannschaft. Aber wir sind auch jederzeit in der Lage, drei, vier, fünf Tore zu erzielen. Und wenn wir uns jetzt mal gerade einen kleinen Blick vorauswagen, vielleicht auf Leverkusen. Ich glaube, was haben die? Die haben auch schon neun Gegentore oder sowas. Ja, also die sind jetzt auch nicht super sattelfest in der Abwehr. Also von daher, ja, bin ich da guter Dinge für Samstag. Kasa. Sechste Spiel, sechs Siege. 20 Tore in den letzten drei Spielen. So verbreitet Bayern endlich wieder Angst. Man darf gespannt sein, wie man sich nächste Woche bei einem echten Gegner präsentiert. Gegen den frisch gebackenen Meister wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft tatsächlich schon ist. Der Leverkusen ist hier durchaus Favorit. Als amtierender deutscher Meister müssen sie auf Sieg spielen. Vor allem gegen die Bayern, wenn sie ein Statement setzen wollen. Ja, das wird natürlich nichts. Weiß ich nicht. Aber die Bayern werden hoffentlich mit den Messern zwischen den Zehen auflaufen. Nein. Also für mich ist Leverkusen nicht Favorit. Einfach der Tatsache geschuldet, dass wir in München spielen. Würden wir in Leverkusen spielen? Ja, würde ich 100% mitgehen. Nein, ist Leverkusen natürlich der Favorit. Ob Leverkusen gewinnen muss, weiß ich auch nicht. In München kommt, glaube ich, keine Mannschaft dahin und sagt, ich muss hier in München gewinnen. Es reicht nicht, wenn der FC Bayern wieder so drauf ist, wie er gerade drauf ist. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich denke, wir werden unsere Spielweise vielleicht einen Tacken anpassen. Vielleicht einen Tacken nicht so hoch pressen vielleicht. Ich weiß aber auch nicht. Vielleicht ziehen wir es aber auch einfach durch. Wäre wahrscheinlich oder ist vielleicht sogar gegen Leverkusen gar nicht so die schlechteste Variante. Aber da kommen wir da mal zu, wenn ich nämlich einen Taktikfuchs raushaue, wie ich das sehe. Ambrose, was auch immer Sie gegeben haben, bitte gebt es dieser Maschine in jedem Spiel. Vertrauen einfach, würde ich sagen. Ich und mein Holz war ein Riesenspiel vom FCB. Bremen hatte im wahrsten Sinne sowas keine Chance heute. Ulisse, unglaublich stark, wie lässig er seinen zweiten Treffer erzielt, war schon richtig sehenswert. Ja, der Junge spielt halt einfach Fußball. Ich glaube, Eberl war es, der hat es eigentlich am besten gesagt. Er verspielt halt einfach keinen Druck. Er spielt halt einfach Fußball. Matteo, mich freut es so sehr, Bayern wieder so spielen zu sehen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Martin. Einfach weg, dass er wie er Kane seine Vorlage am Torwart vorbei ins Tor schießt. Zum 1 zu 0. Eieiei, Revan starb. Eieiei, Kuckus, an die Trainer von der Meister. Ne, leider nicht, aber wir sind ja kein Meister. Eieiei, einfach genießen und stauern, was für eine Wohltat nach den letzten zwei Saisons. Fehler müssen wir sicher noch lassen, aber wenigstens wird wieder Fußball gespielt. Ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen, ob wir Federn lassen werden. Ja, wir müssen jetzt nicht davon reden, dass wir ungeschlagen durch die Saison gehen oder sowas. Ich denke auch, wir werden noch in die eine oder andere schwierige Phase kommen, aber... Ja, wir müssen mal gucken, ob Opa und Minjay das bestätigen können, denke ich. Ich denke, das ist jetzt ein Faktor, der zählt. Wenn sie das bestätigen können, dann bin ich guter Dinge. Ja, weil es wird dann nicht schlechter werden in Zukunft. Es kommt mit Ito und Stani noch zwei zurück. Und ich denke, vorne haben... Wir brauchen über vorne nicht reden, oder? Wir haben Mosella, wir haben Michael, wir haben Heavy. Ja, und dazu hast du dann noch einen Serge, einen Sani oder einen Kinsley. Also, ich denke, da haben wir keine Probleme. Matisse Tell haben wir auch noch, ja. Ibrahimovic haben wir auch noch. Also, da haben wir keinerlei Probleme in der Offensive, auch wenn da mal ein, zwei ausfallen oder ein, zwei mal keine Form haben. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Und wenn der Teamspirit, ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Das war auch das Entscheidende der letzten Saison. Weil wir im letzten Saison auch schon klasse Spieler gehabt. Aber man hat halt wieder das Gefühl, oder man sieht wieder, dass ein Team auf dem Feld ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Da ist nicht wieder dieses... Oder man hat zumindest nicht dieses Gefühl dieser Krüppchenbildung, dieses, oh ja, ich muss immer nur eine Einzelaktion machen, weil ich mich in Szene setzen muss, bla, sült, so. Das hat man nicht, das Gefühl. Man sieht, man spielt zusammen, als Team wieder. Und das ist schön zu sehen, ja. Dass es dann auch gleich so gut läuft, ist natürlich mega. Und wir werden sehen, wann der erste Dämpfer kommen wird, ja. Ascat Weasel. Auch wenn man dann schon den einen oder anderen gehört hat aus dem Uli Hoeneß, dass endlich auch mal wieder gearbeitet wird beim FC Bayern, dass wir in der Regel mehr laufen wie der Gegner, was wir seit Jahren sonst nicht getan haben. Denke ich schon, unabhängig von den Ergebnissen, sind die auch so schon zufrieden. Dazu spielen wir super attraktiven Kombinationsfußball, offensiven Fußball, die Ergebnisse stimmen. Also ich denke, du wirst gerade keinen finden, der irgendein negatives Wort über den Winzeln sagt. Ob im Verein oder außerhalb. Ich glaube, da hat der Cousin von Pep Gagliola unsere Mannschaft benotet. Diese Anmaßung, einen 20-Tore-Trainer in seiner Aufstellung zu bemängeln, ist echt grenzwertig. 5 zu 0 gegen Bremen war doch ganz okay. Vollkommen egal, ob Koeman spielt oder nicht. Seiner Meinung nach soll lieber Knabry spielen, aber Bayern gewinnt stattdessen nur 5 zu 4. Soll nur deine Wunschspieler starten oder soll die Aufstellung durch Ergebnisse gerechtfertigt werden? Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Merkst du hoffentlich selber, Alter, wenn du mich gemeint hast. FC Bayern fällt forever. Oh, diese einfach Maschine. Hochverdienter Sieg von uns stimmt mich optimistisch für Spiel gegen Eberkuse. Gekko, 20 Tore in einer Woche. Kann man ruhig mal machen. Kann man mal machen. Kevin, Ulle, 0 Torschüsse. Kenne ich besser von ihm. Ey, Ulle. Ulle hat einfach Ruhe reingebracht, Leute. Feier wohl. Megastarches Spiel von euch. Hat richtig Spaß gemacht zu schauen. Gegen Aus Augsburg. Aus Augsburg. Okay, Grüße nach Augsburg. Ich hoffe, ich habe es richtig gerafft. Der Kommentar. Geiles Spiel heute. Marco Elisa. Damit ihr alle den Namen lernt. War überragend. Ciao, Sané. Das war viel zu wenig nach seiner Einwechslung. Mich hat es heute auch sehr gefreut, dass das progressive Verteidigen von Minjai und Upa richtig gut funktioniert hat. Wenn sie immer so spielen würden. Wenn sie immer so spielen würden. Ich erwarte eine kleine Reaktion auf die 13-0-Wiederlage gegen Leverkusen letzte Saison am kommenden Samstag. Unsere Wackelabwehr wird den ersten richtigen Härtetest bekommen. Ich bin gespannt. Ein Wermutstropfen bleibt für mich weiterhin, dass Palin ja kaum berücksichtigt wird. Wenn er nicht in das Konzept von Kompany passt. Warum hat man ihn dann verpflichtet? Das ist ein Thema, was ich mich auch frage, warum man ihn dann verpflichtet hat. Es ist ja völlig fein, wenn er nicht reinpasst. Vielleicht hat man Kimmich nicht zugetraut, dass ein Kimmich so performt, wie er gerade performt. Vielleicht wollte man Kimmich lieber abgeben. Aber Kimmich hat sich reingehauen, wie immer. Und ist fein mit dem Trainer. Und man hat das vielleicht nicht erwartet. Ich denke, dass man auf Pavlovich setzt, ist klar. Das war vor der Saison klar. Dass man ihn als Mann der Zukunft sieht. Alternative Verschwörungstheorie wäre, dass man letzte Saison schon das fix gemacht hat. Dass man verpflichtet ist, ihn dann ja später zu verpflichten. Wir werden es wahrscheinlich nicht so schnell erfahren. Ja, und ich glaube nicht, dass man gerade Kimmich und Pavlovich auseinanderreißen wird. Auch nicht gegen Leverkusen. Aber wer weiß. Alexander, das weiser selbst der Mitchell, dass seine Aussage komplett wild war. Zehn Tore, null Torschiss. Ich weiß nicht, was der Mitchell wieder für Mist von sich gegeben hat. Ist mir auch egal. Als es bei uns nie gepackt war. Lackschinken. Habt ihr die Analyse wie immer sehr gefühlt nach dem Spiel? Danke, Kai. Ja, sehr gerne. Kennst du ja doch. Kompany passt zu diesem Team wie der Arsch auf den Eimer. Es macht einfach wieder Spaß, die Spiele zu schauen. Jeder kämpft für jeden. Immer Druck nach vorne. Spielfreudig ohne Ende. Ich bin so froh, dass Tuchel weg ist. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Bulli-Spiel gegen Leverkusen. Weiter, so Kai, dann sind sie sehr unterhaltsam. Ja, vielen lieben Dank. Ja, ich erwarte auch ein sehr turbulentes Spiel gegen Leverkusen. Und vor allen Dingen, man hat es ja wieder gesehen, wir müssen 90 plus 10 konzentriert sein. Nicht einmal irgendwie den Fokus verlieren. Ansonsten. Aber ich glaube, es wird ein sehr torreiches Spiel werden. Jetzt habe ich es gesagt und damit es 0-0 war. Wild. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Aber ich denke, wir werden ein gutes Spiel sehen. Also die Ergebnisse beider Teams bisher. Gut. Den hatten wir. Guti-Bob war meiner Meinung nach unser bestes Spiel in der noch jungen Saison. Was mir besonders gefällt, ist, dass wir uns den vielen Ballbesitz auch zunutze machen und viele Chancen kriegen. Marco Elisa. Hat mir mit am besten gefallen. Er arbeitet sehr viel nach hinten mit, was mir schon in den vorigen Spielen aufgefallen ist. Auch zeigt er ohne große Eingewöhnungszeit seine Qualitäten. Das macht einen klasse Spieler aus. Minja und Opa haben einen super Job gemacht. Viele Bälle abgefangen und ein paar gute Pässe gespielt. Ja. Leimer hat mir wiederholt nicht gefallen. Mir auch nicht. Mittlerweile würde ich da lieber einen Azenus spielen lassen. Ich auch. Wer diese Position auch einige Male in der Vorbereitung gespielt hat. Bei Palinja frage ich mich mittlerweile, ob wir 15 Millionen für einen Rotationsspieler gezahlt haben. Leider ja. Wenn man es aktuell sieht. Klar waren es eher sechs Flächtspiele. Dennoch finde ich es komisch, dass ein Spieler, der zur Forthilfe verpflichtet wurde, so wenige Einsatzminuten hält. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass Company gegen Leverkusen, eine starke Mittelfeld-Duo um Kimmich Pavlovich auflöst. Lasse mich aber gerne eines anderen belehren. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das auflöst, aber vielleicht überrascht er mich. Vielleicht zieht er die Karte mit Kimmich als Rechtsverteiliger und P und P im Mittelfeld. Hätte man dann natürlich gegen Bremen vielleicht schon mal ein bisschen einprobieren können, aber dann hätte Leverkusen auch Bescheid gewusst, dass man so aufläuft. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall dann der logische Schritt, wenn man sich ein bisschen am Gegner orientiert. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Aber eigentlich hat man ihn ja genau dafür geholt. Also wenn Palinja in diesem Spiel auch nicht spielt, ja, dann können wir einen Haken dran machen. Dann ist er halt aktuell Rotationsspieler. Weil das sind ja eigentlich die Spiele, wo wir in der Defensive sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr gefordert werden wie in anderen Spielen und da ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen und einen Kimmich auf die Rechtsverteiligerposition ziehen und in der Mitte auf jeden Fall dicht zu haben durch ein Palinja. würde dann Sinn machen, wenn er in diesem Spiel auch nicht spielt. Ja, dann wird es eine schwere Saison für ihn werden, bin ich mir sicher. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, aber du hast ja gerade den Bonus zu sagen, pass mal auf, Josch, ich brauche dich auf eine Rechtsverteiligerposition, weil auch ein Conny Leimer da wieder nicht überzeugt hat. Du kannst natürlich auch sagen, ich bringe Guerrero da, wovon ich ausgehe, Davis Links wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Schönerbau. Vielleicht bin ich da zu hart, aber für mich hat Sané bei uns nichts mehr zu suchen. Wie lustlos der seine Millionen bei uns verdient, ist einfach nur eine Frechheit. Auch wenn er aus einer Verletzung kommt, aber vorher war es auch nicht besser. Nur 17 Spiele pro Saison gut zu spielen, reicht einfach nicht für Bayern München. Respekt an die Mannschaft, die letzten drei Spiele waren sehr schön anzusehen. Sehr erfrischender Fußball unter Kompagnen. Thema Sané brauchen wir nicht aufmachen, oder? Haben wir letzte Saison zu Genüge was zu gesagt. Ich bin da 100% bei dir. Ich meine, wenn er jetzt performt die ganze Saison über, ja, da kannst du mit Sicherheit drüber reden. Dasselbe gilt für Gnabry. Da sollten beide wieder nur ihre 10, 15 Spiele performen, dann haben die beim FC Bayern einfach nichts mehr zu suchen. Piotr bei Kiel hat kurzer Schluss ein gewisser Machino getroffen. Dieser Spitzname gilt wohl auch unserem Michael und unserem Harry. Benjamin, auch wenn es in Anführungszeichen gerade einmal 6 Pflichtspiele, Bundesliga, DFB, Pokal und Champions League waren, bin ich mittlerweile voll überzeugt, dass es eine Saison wird, in der wir uns als Bayern-Fans weiterhin mega freuen können. Endlich wieder eine Spielweise, die Bayern-like ist und nicht mehr dieser langweilig und oft doch ineffiziente Tuchelfußball. Dazu kommen Mannschaften wie Leverkusen, die trotz der Niederlage gegen Leipzig weiterhin ansehnlichen Fußball spielen und Titelverteidiger bleiben möchten. Auch Leipzig und Dortmund wollen angreifen. Ich habe einfach mega Bock und bin mir sicher, dass wir nächste Woche gegen Leverkusen ein super spannendes Spiel sehen werden. Mein Tipp 4 zu 2 für Bayern. Ey, das ist auch mein Tipp. Wie du gesagt hast, wird es wahrscheinlich ein torreiches Spiel. Und wie immer danke für das tolle Video von dir. Ich freue mich bereits schon auf das nächste Video nach dem Spiel gegen Leverkusen mit einem hoffentlich erfolgreichen Sieg. Ja, das hoffen wir alle. Ja, ja. Dortmund sieht ja gerade schon wieder wild aus nach der Klatsche in Stuttgart. Wenn wir gegen Leverkusen gewinnen sollten, hätten wir 6 Punkte vor Leverkusen. Weiß ich auch nicht, ob das dann irgendwie bis zur Winterpause nochmal ansatzmäßig spannend werden würde. Aber ist natürlich viel zu früh was zu sagen. Wenn wir auf den Sack kriegen, ist alles wieder zusammen oben. Wir müssen einfach mal das Spiel abwarten, denke ich. Aquari. Unfassbar starkes Spiel. Nach den ersten paar Minuten dachte ich mir schon wieder, oje, oje. Kim Ball verstoppt in den ersten 5 Minuten. Ja. Stimmt. Das war aber auch die einzigste Aktion, die er schlecht hatte. Bis dann zu dem Stellungsfehler in der zweiten Halbzeit. Upa Ball war los. Die typischen IV-Feder halt wieder. Haben sich beide aber relativ schnell gefangen und dann ging es halt nur noch nach vorne. Ich finde, das war so ein Spiel, da hast du einfach auch ohne Statistiken gesehen, dass es eine unfassbare Dominanz war. Sprich, Ballbesitz, Pässe etc. Wie wir Bremen da an die Wand gespielt haben, unfassbar. Nicht zugelassen. Mann gegen Mann verteidigt. IVs auf Höhe der Mittellinie. Konstant um den 16er rum. Ich liebe es, wenn wir so ein Fußball spielen. Deshalb hier wirklich absoluten Respekt an die ganze Mannschaft. Das hat so Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, gehe ich mit. Natürlich aber auch hier wieder ein paar Sachen, die man kritisieren muss. Unsicherheit in der IV. Verstehe ich nach wie vor nicht, wie diese zwei Spieler Upa und Kim sich immer in den ersten paar Minuten in die Hose machen. Merke es in jedem Spiel, die ersten paar Minuten sind die so nervös und verunsichert. Brauchen jedes Mal Zeit, um reinzukommen. Das ist gegen Bremen ja noch okay, aber sobald da ein starker Gegner auftaucht, werden die das sowas von ausnutzen. Generell kann man sich darauf gefasst machen, dass die Abwehrkette, aber vor allem unsere beiden IVs bei starken Gegnern, sowas von in den Fokus genommen wird. Ich als Trainer würde uns so stark in den eigenen 16er pressen, wenn wir von hinten versuchen, das Spiel aufzubauen. Das bringt uns auch zu Punkt 2. Ja, bevor ich Punkt 2 lese, das muss aber auch der Gegner erstmal schaffen. Also sorry, das ist ja jetzt nicht nur eine Innenverteidigergeschichte. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren mehrfach, mehrfach bewiesen, selbst unter dem Tuchel, dass wir ganz abgewichst den Ball hinten rausspielen können, selbst wenn wir super stark unter Druck sind. Ich glaube schon, dass wir die Ballsicherheit haben, uns trotzdem hinten zu befreien und wenn das so ist, dann haben wir natürlich auch Räume. Und wenn man sich dann gerade unsere Spiele aktuell anschaut vorne, wird das dann für den Gegner auch wehtun. Also da weiß ich nicht, ob da, ja Leverkusen wird da sehr wahrscheinlich die Eier zu haben und wird das probieren. Da gehe ich mit, aber mit Sicherheit auch nicht über 90 Minuten. Ja, ich würde mir da eher mehr Sorgen machen um die Zentrale mit dem Kimmich, der absolut nicht pressing-resistent ist. Das ist eher, wo ich mir als erstes mal Sorgen mache. Aber wir werden es sehen. Punkt 2, Rumgespiele im eigenen Sechzehner. Für mich auch heute wieder der größte Hände über den Kopf zusammenschlagen Moment. Ich verstehe nicht, warum wir uns immer und immer wieder hinter den eigenen Sechzehner drücken lassen und dann so oft versuchen, in diesem Raum Bälle zu spielen. Gerade mit der Nervosität von Opa und Kimmich. Es geht so oft schief. Haut doch bitte einfach den Ball hinten raus. Ja, Ballbesitz hin oder her, aber dieses Rumgespiele ist mehr Glück als Verstand. Wir können das aktuell nicht. Ne, habe ich ja gerade was zu gesagt, das sehe ich leider. Das heißt leider, ich sehe das komplett anders. Ja, du kannst nicht unbedingt einen Kimmich da anspielen. Gerade nicht, wenn er zwei im Rücken hat. Wie gesagt, Kimmich unter Druck ist wild. Aber ansonsten, ne, sehe ich das nicht. Also wir haben das die letzten Jahre gezeigt, dass wir das können. Auch unter hohem Druck. Und ja, du schlägst den Ball hinten raus und der Ball ist beim Gegner. Und warum sollte man das tun, wenn man die spielerischen Mittel hat? Wie gesagt, überspielst du diese Pressing-Linie, hast du Räume ohne Ende. Das ist der Gedanke halt dahinter. Klar, wenn es brennt oder so, dann haust du den Ball natürlich auch lang raus. Also nicht falsch verstehen. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben den Ball, wir haben Abstoß und der Gegner schiebt hoch. Ja, was soll mir den Ball dann einfach dumm nach vorne kloppen? Also wir haben ja in der Regel die spielerische Kompetenz und auch die Qualität, das hinten rauszuspielen. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Und selbst wenn dann mal ein Fehler passiert, ja, und dadurch mal ein Gegentor kommen sollte, müsste man mal die Statistik bemühen. Aber ich würde behaupten, dass man mehr Chancen kreiert, indem man die erste Pressing-Linie des Gegners überspielt hat, als jemand Torrett bekommt, indem man das versucht. Von daher muss man das ein bisschen abwägen, denke ich. Josch und Sané. Bei Josch ist mir heute wieder aufgefallen, wie oft er einfach wieder überall war und wie oft er sich dadurch selbst in Lagen gebracht hat, die so ein hohes Risiko hatten. Ich habe es hier schon oft geschrieben, deshalb nochmal. Sein Aufdrehen und sein Abdrehen im Spielaufbau sind teilweise so fatal. Er muss sich mehr nach vorne aufdrehen und nicht fünf Schritte gehen. Dann wieder abdrehen und den Ball in die IV spielen. Bring doch mal den Ball hinter die Kette oder tief. Ja, Kim, ich hatte ein paar Unzulänglichkeiten in dem Spiel gegen Bremen. Das habe ich genauso gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so beobachtet, ob er viel die Bälle nach vorne gegangen ist und den Ball wieder nach hinten gespielt hat. Kommt auch immer dann auf die Anspielstationen drauf an, die da sind. Kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Lasse ich mal so stehen. Ansonsten ist es mir lieber, wenn Kimmich weiter vorne ist auf der 8. Rolle und da irgendwie rumeiert, als wie, dass er die 6. Rolle einnimmt. Dann habe ich lieber einen Pavlovich auf der 6. Rolle, der weiß wenigstens, wo er die Räume, wo er hinlaufen muss. Bei Sané frage ich mich wie du, was er die letzten Monate eigentlich gemacht hat. Ich habe so gehofft, dass er mal in sich geht und überlegt, was er da eigentlich auf den Platz macht. Ich bin so froh, dass wir Michael geholt haben und der mit ganz großem Abstand vor Sané gesetzt ist. Lieber, er hat heute wirklich wieder genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Ja, ganz komische Drehblings. Keins davon klappt, genau wie seine Pässe. Bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, dass er sich nicht bewusst ist, wo er gerade steht und dran ist. Gut, das ist aber auch verständlich nach der Verletzung, denke ich. Und dass er natürlich sieht, wie ein Michael performt, der Outstanding ist von allen Außenspielern. Der muss gesetzt sein. Aber auch wie dann so ein Gnabry auf jeden Fall besser performt wie so ein LeRoy. Und dass ein LeRoy dann, wenn er reinkommt, vielleicht dann zu eigensinnig ist, zu verkrampft ist, weil er unbedingt was zeigen will, weil er in die Mannschaft rücken will, ist vielleicht auch irgendwo menschlich. Was aber natürlich jetzt nicht seine letzte Halbserie rechtfertigen soll. Man könnte fast meinen, der Mann hat das Fußballspielen verloren. So weit weg ist er von seiner eigentlichen Form. Ja, okay. Da müssen wir, sorry, auch da muss ich intervenieren. LeRoy war jetzt verletzt, hat einen 20 Minuten Kurzeinsatz gehabt. Und jetzt nochmal, was waren es? 20 Minuten. Also, sorry. Okay, dass der natürlich erstmal Spiele braucht, Training braucht, mehr Mannschaftstraining braucht, mehr Spiele braucht, mehr Spielminuten, sollte klar sein. Ich meine, so ein Serge hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, deswegen ist er da, wo er gerade ist. Das hat ein LeRoy nicht. Also, ihr wisst, ich halte auch nichts vom LeRoy mit seinen 15 Spielen pro Saison, die stark sind. Aber das muss man mal ein bisschen berücksichtigen. Das ist jetzt gerade keine faire Beurteilung. Ich habe ihn auch kritisiert für die Aktion, wie er es gemacht hat. Ja, da stehe ich auch hinter. Das geht auf jeden Fall besser. Und ich glaube, er muss das auch realisieren. Er muss wegkommen von sein. Ich muss mich in den Vordergrund schieben durch eigensinnige Dribblings, durch ein Tor oder sonst was. Ja, es reicht völlig aus, wenn in der Mannschaft integriert ist, mit nach hinten arbeitet, vorne die Kombinationen mitspielt und ein paar Vorlagen gibt. Ja, klar, zum Höhepunkt dann vielleicht irgendwann noch ein Tor, wenn man die Form wieder hat und alles ist gut. Ja. Sollte sich mal was bei Gnabry abgucken, der zeigt wenigstens, dass er Bock hat und wieder da ist. Ja, aber wie gesagt, der Unterschied ist ganz klar, dass ein Serge die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Und so ein Sané jetzt gerade, was weiß ich, zwei Wochen im Mannschaftstraining ist oder was. Da muss man schon einen Unterschied machen. Ach ja, eins noch. Wieder Tell nicht zu bringen, aber dafür Müller bei 15 Uhr gegen Bremen ist das einzig große Fragezeichen für mich bezüglich Kompany. Weiß ich nicht. Auch das sehe ich ein bisschen anders. Wir kommen leider nicht zusammen heute so richtig wahr. Aber ich respektiere natürlich deine Meinung. Nicht falsch verstehen. Ich denke, ein Tell war einfach zu schlecht. Ein Tell war einfach zu schlecht in den letzten Spielen. Natürlich kannst du sagen, bei 15 Uhr egal. Schmeiß den jungen Spieler rein, damit er ein bisschen Spielzeit kriegt. Verstehe schon den Sinn dahinter. Aber wir reden halt immer, wir wollen ein Leistungsprinzip haben bei uns. Und dann können wir nicht sagen, wir setzen jetzt das Leistungsprinzip außer Kraft, weil der Spieler jung ist und Spielzeit braucht. Weil dann hätte auch ein Leroy Sané von Anfang an auflaufen müssen, weil der braucht auch Spielzeit. Weiß ich nicht. Gehe ich nicht mit. Und Müller hat halt, wenn er reinkam, noch für Furore gesorgt. In den letzten Spielen. Von daher kann ich die Entscheidung schon verstehen. Muss man immer beide Seiten so ein bisschen sehen, denke ich. Joseph war wirklich beeindruckend. Echter Powerfußball. Michael ist ein Glücksgriff, Koman schlechtester Bayern-Spieler. Jetzt kommen stärkere Gegner. Bin gespannt, ob es so positiv weitergeht. Ja. Aber die stärkeren Gegner, die jetzt kommen, sind ja auch nicht gerade irgendwelche Defensivmonster. Ja, das sind auch alles Offensivmonster. Neverkusen, Barca. Essen, Villa weiß ich nicht. Kann ich nichts so sagen. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt auch alles irgendwelche Defensivmonster sind. Also von daher könnten es turbulente Spiele werden, worauf ich mich freue. Alpha. Bin mir sicher, Koman war jetzt nur zweimal in der Startelf, um ihm die Chance zu geben, sich zu zeigen. Reicht jetzt aber auch meiner Meinung nach. Koman ist aktuell für mich der schwächste Spieler im Bayern-Kader. Ne, das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall der Schlechteste auf den Außenpositionen, ja. Da gehe ich mit. Obwohl mit Tell zusammen. Wobei Tell natürlich... Ja, ich denke, der wird auch wieder anders performen, wenn er kommt. Also, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ob Kingsley nochmal die Kurve kriegt, weiß ich nicht. Wenn das so stimmt, was man gelesen hat, dass er eigentlich irgendwo anders spielen wollte und selber seine Chancen nicht so sieht, weiß ich nicht. Aber ja, mit der Form, mit der Performance, die er aktuell zeigt, ist er für mich auch Spieler 4 auf der Außenposition. Also da würde ich ja selbst noch einen Sané vorher mal bringen, wenn er irgendwie zeigt, dass er Bock hat. René, mit dieser Leistung brauchen wir uns auf gar keinen Fall vor Leverkusen verstecken. Das brauchen wir eh nicht. Wenn wir mal auf die letzte Saison schauen. Wie die ersten Spiele unter Thomas Tuchel waren, war das was ganz anderes. Die Spiele waren zwar insgesamt ausreichend und man hat die Spiele gewonnen, aber es war eine ganz andere Leistung vorhanden, wie sie jetzt da ist unter Kompanie. Wir müssen allerdings trotzdem jedes Spiel gewinnen. Ich würde sogar schätzen, an die 90 Punkte brauchen wir, um Meister zu werden. Ich glaube auch, wenn wir die Leistungen, zumindest gegen die Teams wie Bremen, Kiel und auch andere Gegner wie ein Hoffenheim, ein Heidenheim, wo wir das letzte Saison einfach insgesamt schwer hatten, die Leistung dort konstant halten, wie wir es jetzt gemacht haben, dann gewinnt man auch, dann gewinnt man schon mal die Spiele, die man letzte Saison oft wieder aus der Hand gegeben hat. Und dann wirst du allein schon locker, würde ich schätzen, an die 65 Punkte wieder gehen. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wie ein Leverkusen gegen uns spielt, ein Dortmund, ein Leipzig gegen uns spielt, aber so würde ich sagen, wird man auf jeden Fall deutlich eine bessere Rolle die Saison um die Meisterschaft spielen. Wie es in der letzten Saison war. Aber nochmal abwarten, Spiel für Spiel und dann schauen wir mal, ob wir das Top-Spiel der Saison gegen Leverkusen packen. Feier den Content, den du machst, mach gern weiter so, grüße René. René, du bist ja da richtig abgetaucht in die Statistikabteilung oder was. Keine Ahnung, ich lasse das so stehen, ist mir Puppe. Sag ich dir, wie es ist, ich halte es wie unser Trainer, wie unsere Mannschaft, ich gucke von Spiel zu Spiel. Nochmal, gewinnen wir gegen Leverkusen, sind wir 6 Punkte vor Leverkusen. Verlieren wir, sind wir punktgleich. Ja. Alles andere, ob wir jetzt gegen Heidenheim, Augsburg und so weiter performen werden, das weiß doch jetzt noch kein Mensch. Aber ich denke, man sieht ganz klar, dass ein anderes Böbig da ist und ich kann mir schwer vorstellen, dass wir unter dem Kompany nur ansatzweise so eine Halbzeit sehen, wie wir unter Tuchel 100 Mal gesehen haben. Dass die Mannschaft sich hängen lässt, keinen Bock mehr hat. Lukas, Kompany ist schon ein cooler Typ. Nee. Laisito, das Spiel war so sehr unter Kontrolle, dass ich einfach eingeschlafen bin. Also musste man mal nicht beim Zuschauen altern. Stark positiv ist mir trotz Dauerschlaf dennoch Michael aufgefallen. Es macht so Spaß. Es macht so viel Spaß, ihm zuzuschauen. Dass Weltklasse und mit 23 auch noch Luft nach oben fallen. Ja, Weltklasse, hörst du von mir jetzt noch nicht. Ansonsten ist es sehr schwer, wirklich Kritik bei einem 15-0 ohne gegen Gegnerschlang auszusprechen. Ja, muss man ja auch nicht. Man muss ja nichts kritisieren, wenn es nichts zu kritisieren geht. Wenn man mir im Februar gesagt hätte, dass wir im September mit Serge als zweitbesten Flügelspieler und einer Abwehr aus Opa, Kim Davis und Rafa, Conny in 8 Tagen 20 Tore schießen, hätte ich kaum geglaubt. Die Formkurve ist top und nächste Woche kommt der erste Härte-Test. Der wird dann auch mehr zeigen. Aber dass wir gegen kleine Gegner nicht mehr patzen, bringt ja auch schon Punkte. Solche Spiele können Meisterschaften kosten, siehe letzte Saison Bremen-Bochum. Ja, 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 wie gesagt, ich denke, wenn wir die nächsten vier Spiele bestritten haben, oder nehmen wir die nächsten fünf Spiele, dann wissen wir, wo wir stehen. Das sind Gegner von Format und dann wissen wir wirklich, wo wir stehen. Da ist Leverkusen bei, da ist Barca bei, da ist Frankfurt, Stuttgart, Aston Miller. Ja, also danach können wir sagen, jo, Geilo, wir sind Maschinen. Oder wir sagen, jo, wir sind auf einem guten Weg, weil das sind wir, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht stimmen sollten, ja. Der Weg ist der richtige. Da muss man vielleicht ein bisschen Anpassungen machen beim einen oder anderen Spieler, der dann wieder fit wird. Man könnte vielleicht auf eine Dreierkette gehen, sonst sowas. Das wird man alles sehen, ne. Aber selbst wenn das Maschinen jetzt in die Hose gehen sollte gegen stärkere Gegner und wir fahrlässig dann irgendwie mal 4-1 verlieren oder sowas. Ja, alles gut. Dann können wir natürlich draufhauen, je nachdem. Aber dann müssen wir trotzdem nicht den Weg kritisieren, den wir gerade unter Kompanie gehen. Ja, das ist der richtige Weg. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist das sechste Spiel. Ja, dass das erstmal Zeit braucht, bis das wirklich alles verinnerlicht wurde von der Mannschaft und so weiter. Sollte ja auch klar sein, ne. Kevin, Bremen hatte einen X-Ski-Wert von 0. Wenn da keine Tränen beim guten Kerl aufgekommen sind. Hofer Tuchel wurde getröstet. Sollte bei der Abfindung gerade noch so drin sein. Ansonsten machen wir hier ein Spendending auf. Apropos Tuchel, ich hoffe, dass der vom Fernseher sitzt und sich so denkt, was habe ich da eigentlich für Scheiße gebaut. Ne, ne, das glaube ich nicht. Erstmal glaube ich nicht, dass er vom Fernseher sitzt, sich das anguckt. Und Scheiße gebaut, ne. Das ist einfach eine andere Philosophie, den Tuchel spielen lässt. Und dass die Philosophie nicht zu diesem Kader gepasst hat, da sind wir uns ja, denke ich, alle einig. Ich denke, das ist so das Missverständnis vielleicht gewesen am Ende des Tages. Der Bayern Believer. Erst einmal, danke für deine ganzen Video. Sehr gute Arbeit. So genug geschleimt. Genau. Gehen wir rein in den Bums. Heute mache ich es kürzer mit der Benotung, weil keiner so richtig abgefallen ist. Oder extreme Böcke im Spiel waren. Oder man nicht seriös zu Ende gespielt hat. Es war ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Die Abwehr, alles gut. Wegverteidigt. Das Mittelfeld, super dominant, sowohl offensiv wie auch defensiv. Der Sturm zum Zungeschnalzen. Im Original stand hier eine Schimpftirale gegen Werder und der Nichtleistung, die sie abgeliefert haben. Kam dann aber zu dem Entschluss, diese zu streichen, weil es die Leistung der Bayern schmiedermöde. Nicht ein Torschuss im gesamten Spiel und das in einem Heimspiel. Eine Bankrotterklärung. Zum Versuch vorzeitig das Trikot mit Kane zu tauschen, nur so viel. Schaut euch den Elfer gegen Kiel an und dann die Szene. Sprachlos. Note 1 bekommen Kane, Michael. Note 2 bekommen Kompany, Minjay, Upa, Pavlovich, Kimmich. Note 3 bekommen Ulle, Davies, Muzela, Gnabry, Guerreiro, Palinja, Müller. Note 4 bekommen Koman, Laima, Sané. Ja, ist ja relativ ähnlich zu meiner. Hier noch ein Gedankenspiel. Warum wechselt er nicht beide, Pavlovich und Kimmich, gegen Palinja und Goretzka oder Laima? So könnten sich dann zwei Pärchen auf der Sechs so langsam einspielen und Palinja und Laima werden das defensivere Duo als ideal, also ideal, um ein Ergebnis zu verwalten. Und was passiert eigentlich, wenn sich noch ein Außenverteidiger verletzt? Davies und Guerreiro sind beide sehr anfällig. Warum wird ein Arzeno nicht in die Mannschaft herangeführt? Zumal Davies ja den Verein verlässt. Wie gesagt, nur ein Gedankenspiel. Grüße aus der Weltstadt Herne. Ja, erstmal Grüße zurück nach Herne. Da war ich zwei Jahre lang jeden Morgen bei UPS. Hab Teile abgeholt für einen Dell-Vor-Ort-Service. Kenne ich mich auch mal aus. Gedankenspiel meinerseits. Nee. Also ich sehe ein Duo mit Palinja, Goretzka oder Palinja, Laima. Nee. Würden wir uns der Stärke von Pavlovich berauben. Also Pavlovich ist für mich gerade der stärkste Spieler auf dieser Position. Jetzt nicht unbedingt, weil er der super Defensive ist oder der super Zweikämpfer oder sonst was. Aber Pavlovich ist der Spieler, der unter Druck die Bälle trotzdem nach vorne spielt. Trotzdem verteilen kann. Aber das kann Kimmich nicht. Das kann Goretzka nicht. Das kann Conny nicht. Ob es ein Palinja kann, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht beurteilen. Deswegen ist für mich ein Pavlov eigentlich gesetzt. Ja, ich gehe mit. Man sollte vielleicht dann mal sich ein Pavlov mit ein Palinja einspielen lassen. Und Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Pose ziehen. Damit sind wir schon beim nächsten Thema. Du hast halt immer noch einen Kimmich, der einen Rechtsverteidiger spielen kann. Und Arznu ist ja an der Mannschaft dran. Er trainiert mit bei der ersten Mannschaft. Und ich denke, wenn da noch jemand ausfallen würde, würde er mit Sicherheit auch kommen. Dass man jetzt wieder auf Fonsi baut, ja, gehe ich mit, verstehe ich auch nicht. Sag ich euch, wie es ist. Aber da kennt ihr meine Meinung. Für mich wäre klar, Fonsi, entweder verlängerst du den Vertrag zu den Konditionen XYZ. Oder du gehst auf die Bank. Da würde ich gar nicht rumdiskutieren. Weil, wie gesagt, du hast einen Arznu, den kannst du da hinstellen. Ansonsten hast du einen Guerreiro, der Ding spielen kann. Kimmich kann rechts spielen. Wenn alle Stricke reißen kannst, kannst du auch einen Leimann mal hinten rechts hinstellen. Haben wir aber gesehen, dass das eher Grütze ist. Er macht wahrscheinlich selbst einen Leon besser als Rechtsverteidiger. Also, ja, geht in meinen Kopf auch nicht rein. Sorry. Ist wieder so eine Sache, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Wenn das Spieler sind wie Kimmich, wo man sagt, ja, wir wollen gerne mit dem Spieler verlängern. Da ist aber noch nichts entschieden irgendwie. Ja, völlig gut. Lass ihn spielen. Aber beim Spieler, der klar sagt, nee, ich verlängere den Vertrag hier nicht. Und der Verein sagt, nee, wir geben dir die Kondition nicht mehr. Ja, gehört der nicht in diese Mannschaft rein. Sorry. Ganz klar. Was willst du mit dem? Der ist nächstes Jahr weg. Dann bau doch einen ein. Dann musst du nächstes Jahr machst du die Pose wieder auf. Aber, auf der anderen Seite, ich denke, sobald ein Ito fit ist, werden wir keinen Davis mehr sehen. Als Linksverteidiger. Vielleicht darf er dann mal in eine Position vorne ran, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn Ito und Stani fit sind, nee. Okay, dann werden wir von Davis. Also, dann müsste Davis sich jetzt wirklich, wirklich hardcore steigern. Ich meine, er ist auf einem guten Weg. Es ist aber schon besser wie sonst. Keine Frage. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Christian. Hey, danke für die guten Videos, Kai. Und danke, Winnie, dass du es nach so kurzer Zeit geschafft hast, dass man sich wieder auf die Spiele des FC Bayern freut. Ja. Ist meiner Meinung nach die Mannschaftsführung eines Jupp, die extrem hohe 1-zu-1-Erteilung eines Flicks, das Passaufbeispiel von Pep und im letzten Drittel ab und an ein gepflegter One-Touch eines Arsene Wenger. Wenn die Entwicklungen weiter so voranschreiten, werden auch absolute Top-Mannschaften extreme Probleme gegen uns bekommen. Meine Prediction gegen Leverkusen 4-zu-1 wie Samir. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht reden. Ich glaube, wenn wir offensiv ins Rollen kommen, wird jede Mannschaft es defensiv schwer haben. Das haben wir jetzt schon gezeigt. Sowohl gegen, wenn wir mal ein bisschen Raum haben, aber auch wenn ein Gegner wie Bremen oder Freiburg super defensiv steht. Also auch da finden wir ja Lösungen. Da mache ich mir auch keinen Kopf. Interessant ist eher so die defensive Ausrichtung dann, wie es ausschaut. Aber ja, ich denke, wir haben Minge und Opa mal gesehen auf einem guten Level und gesehen, wozu sie fähig sind. Und wenn sie das gegen Top-Mannschaften abliefern können, was bei beiden ein Riesenfragezeichen ist, weil beide immer mal wieder Aussätze haben. Ja, aber das ist doch auch schön. Sonst wäre es ja auch wieder super langweilig, wenn wir jetzt alles zerschießen würden. Ich meine, für mich wäre es nicht langweilig. Ich freue mich dran. Also, ja. Wir sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Helga, wir haben mit Michael, Tell, Coman, Sané und Gnabry so ein unfassbar hohes Potenzial. Es ist so unverständlich für mich, dass die drei Letztgenannten einfach keine Konstanz bekommen. Gnabry, Sané, achso. Die gehen auf die 30 zu und sollten eigentlich konstanter sein. Im Moment hat Gnabry wieder Top-Form, wer weiß wie lange. Ja. Zu Sané habe ich vorhin schon was gesagt. Das ist klar, dass der noch nicht wieder in irgendeiner Top-Form sein kann. Und Gnabry, ja, muss auch diese Form haben, nachdem er komplette Vorbereitungen mitgemacht hat. Coman ist der, der abfällt. Ist für mich auch unerklärlich, weil er die letzten Jahre eigentlich immer der Konstanteste dieser drei Spieler war. Mark, es freut mich einfach mega für Michael. Eine richtige Waffe. Erneut würde ich im nächsten Spiel, auch wenn es gegen Leverkusen geht, gerne Atzno auf der FV-Pose sehen und Guerrero auf der LV-Pose. Als linker Flügel entweder Gnabry oder Sané. Und ich würde gerne die Doppel-P im Mittelfeld sehen. Palina o Pavlo. Dann wird das was gegen Bayer. Wenn die IV auch so gegen Bayer performt, dann haben sie sich endlich gefangen. Würde mich freuen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und danke auch für die guten Analysen nach den Spielen. Ich nutze das, da ich mir die Bayern-Spiele leider nicht live anschauen kann. Hau rein. Mark, vielen lieben Dank. Und ja, ich stimme dir zu. Ich würde auch gerne gegen Leverkusen P und P sehen. Mit dem Kimmich aber als rechter Teil. Ich würde den Kimmich schon auf dem Feld lassen. Kimmich hat bisher wirklich eine starke Runde gespielt. Aber mir wäre einfach wohler, wenn gegen Leverkusen der Sechserraum wirklich durchgehend defensiv stark besetzt wäre. Und das wäre er mit einem Palinja und nicht mit einem Kimmich. Ansonsten muss halt Pavlo den defensiven Part spielen. Aber ich denke, da wird ein Palinja immer noch ein bisschen Vorteile haben. Weil mit so einem Chaka und so weiter sind da natürlich schon spielintelligente Spiele auf der Gegnerseite, die diese Räume natürlich sehen und auch ausnutzen werden. Mark nochmal. Klasse Spiel. Im Moment läuft es. Ich genieße es. Doch es wird vermutlich auch ein Zeitpunkt kommen, wo es weniger läuft. Dann bitte an alle, die gleich wieder von Weltuntergang reden. Mit Leverkusen kommt nun der erste Brocken. Bin da auch gespannt, wie die Aufstellung sein wird. RV Kimmich wegen Speed. Leimer wegen Form. Arznu Erfahrung. Guerrero wegen Speed. Überraschung. Und 6 Achtel. Da schätze ich auf die Doppel-P. Ja. Habe ich ja gerade schon ein bisschen gespoilert. Ich würde Kimmich als Rechtsverteidiger stellen. Ich würde P und P auf die beiden... 6er und 8er stellen. Und ich würde links... Ja, links ist so der einzige Knackpunkt. Da kannst du wirklich über alles streiten. Guerrero hat es bisher eigentlich am stabilsten gemacht. Davis ist natürlich in der Ecke schneller. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer... Wer auf der rechten Offensivseite bei Leverkusen kommt. Dann würde es eventuell Sinn machen, auf den Davis zu setzen. Der ja gerade auch eine einigermaßen aufsteigende Form hat. Und ansonsten hast du aber auch noch den Adam. Wir werden sehen. Das ist ja das Schöne mittlerweile. Wir haben eine Menge Möglichkeiten. David, bei allem Respekt. Wie vergibst du denn bitte die Noten? Man könnte meinen, du bist vom Kicker. 15-0 ohne einen einzigen Torschuss zuzulassen und dann so zu benoten, ist schon schwach. Auch dir, Junge, halt die Fresse und verpiss dich hier. Um es nochmal klar zu sagen. Du kannst gerne eine andere Meinung haben. Ist für mich völlig fein. Schreib die gerne rein. Quatsch mich nicht zu, wie meine Meinung ist, Alter. Ja, okay. Ich kann dich auch direkt ausblenden hier. Ich will von dir hier nichts mehr lesen. Tschüss. Hau rein, Alter. Geh anderen auf den Sack einfach. Verstehst du? Junge, ich habe es oft genug in den Videos erklärt. Wer es nicht rafft, verpisst euch hier. Ich brauche euch hier nicht. Okay, sehr gut. So, wieso war das Abwehrverhalten von Leimer absolute Katastrophe? Ja, guck dir das Spiel an. Kannst du das bewerten. Wenn du es anders bewertest, ist das für mich auch völlig fein. Kannst dir gerne die Szenen von Leimer mal angucken. Du kannst dir gerne mal gucken, wie viel Zweikämpfe Conny Leimer als Rechtsverteidiger hinten gewonnen hat. Dann kannst du dir gerne auch mal angucken, wie oft er überlaufen wurde. Ja, und dann ist das für mich eine Katastrophe. Aber das kann ja auch jeder für sich bewerten. Das ist ja völlig fein. Wenn du einen Conny Leimer gut fandest hinten rechts, ist das für mich auch völlig okay. Volki, super Spiel. Aber wenn ich wirklich nicht mehr in der Startelf sehen will, ist Coman und Davis. Beide ein Schatten seiner selbst. Bin gespannt, ob auch Sané jemals wieder in die Spur kommt. Hat heute auch wieder vor sich hin gestolpert. Das kann Tal mindestens genauso gut. Da stimme ich dir zu. Das hätte ein Tal genauso gut hinbekommen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser. Fideas. Michael, bester Mann. Progressive Grüße. Ja, die gehen zurück. Alexander. Sané hat nicht mal gejubelt nach dem 5 zu 0. Ich bin ein wenig unsympathisch. Ja, liebe Fass machen wir die Saison nicht wieder auf. John. Ich habe Kimmich deutlich besser gesehen. Gut die Bälle verteilt, Spiel aufgebaut. Und er hat auch Ruhe ausgestrahlt. Das Zusammenspiel mit Pavlovich klappt super. Für mich eine sehr gute 2. So. Ist auch völlig fein. Ties Hamann. Sehr gute Leistung heute. Nächste Woche sehen wir, wie weit wir sind. Ich denke, wir können definitiv was reißen und haben auch den Heimvorteil. Wird aber ein enges Spiel. Ja. Ja. Wir werden sehen. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall aufs Spiel freuen. Bällehal, bis jetzt bringen alle Leistung bei Kompany. Aber nächste Woche gegen Leverkusen mit ein Klassiker. Ein Sieg und wir verteidigen weiter die Tabellenführung. Naja, ein Klassiker. Du verteidigst auch mit einem unentschieden Tabellenführung. Ich wüsste nicht, seit wann Bayern gegen Leverkusen ein Klassiker ist. Das können wir ja gerne bei Bayern gegen Dortmund sagen oder Bayern gegen Bremen ist für mich mehr ein Klassiker wie Bayern gegen Leverkusen. Auch das jeder, wie er meint. Die Baume ist 3 Spiele, 20 Tore. Danke. Bitte. We asken, I think this is the team of football should be. So good and positive vibes from coach to his players. And player should be. Playing, player, playing good like team player, no gimmick. Or intrigue. In internal and player believe 100% to company. Good job, Bayern team. Ja, my English is, is not the yellow from the egg. What? Um, yeah. Ja, aber damit hast du alles gesagt. Ja, ich denke auch, dass das das Hauptthema ist, was unter Tokul halt nicht gegeben war. Dass man halt einfach wieder ein Team ist. Mit Trainer und allen Spielern. Chris, ja, das hat mal richtig Spaß gemacht. Viel Bewegung im Team und tolle Tore. Beim vierten Tor konnte man mit der Hintertorkamera die ganze Mannschaft in Bewegung sehen. Das sah aus wie ein Bienenschwarm. Alle in Bewegung. Das ist schwer zu verteidigen, wenn die ganze Mannschaft an einem Strang zieht. Ja. Ansonsten habe ich auch nicht verstanden, warum Kimmich nicht rechts spielt und Palinja auf der Sechs. Gegen Leverkusen wird das so nix meiner Meinung nach. Wenn wir gegen gepresst werden, verliert Kimmich. Ja, sehe ich genauso. Vielleicht müssen wir mal ein Spiel verlieren, dass Company das auch erkennt. Im Moment geben die Ergebnisse ihm recht. Ich bin gespannt auf Leverkusen. Ja, aber vielleicht wird er es ja gegen Leverkusen ändern. Weil er das ja natürlich auch weiß. Vielleicht spielt dann Palinja auf der Sechs und Kimmich als rechter Teil. Oder er opfert einen Pavlo und bringt einen Palinja und einen Kimmich. Wir werden es sehen. Hot school. Die Mannschaft hat wieder Freude am Fußball. Ich freue mich auf das Spiel gegen Leverkusen. Ja, me too. Die Baumis. Zum Spiel. War generell eine sehr, sehr abgezockte Leistung. Kimmich war sich wieder in die rechte Verteidigerposition abkippen. Was? Sehr abgezockte Kimmich, der sich wieder in die rechte Verteidigerposition abkippen ließ. Bei Ballbesitz. Ja. Leimer gab den Gnabry vom Freiburg-Spiel. Kommand eher der Ballhalter auf links mit klugen vertikalen Pässen in der Offensive. Der aber immer wieder Raum schuf für Kane und halb links im letzten Drittel. Abgeklärt. Kaltschneutzig. Genial. Und drei Punkte. Perfekt. Noten. Ulle Dreini. Nie wirklich geprüft. Daher auch nicht viel mehr möglich. Leimer. Vier. Kein rechter Verteidiger. Arznu wäre doch da. Ja. Auch ein Kimmich wäre da. Opa 1,5 war heute bockstark. Genial. Sorry. Kim 3. Einfach immer diese technische und limitierte Variante auf dem Platz. Beispiel erster Pass auf ihn. Einwurf Bremen. Ja. Hier habe ich natürlich auch gesehen, die Szene. Aber es war auch die einzige Szene, wo er technisch limitiert war. Meiner Meinung nach. Aber ja, vielleicht auch einfach nicht mein Spieler. Davis 3,5. Momentan für mich persönlich halt weit weg von der Leistung vom Rest. Ja. Das ist richtig, aber es war schon einen Tacken besser wie sonst. Pavlo 3. Einige holprige Momente und Missverständnisse beim Pass in die Box. Solide, aber mehr braucht es heute auch nicht. Kimmich 2,5 sehr aktiv. Käpt'n. Positive Antreibung. Musiala 2. Eine Freude ihm zuzusehen, wie viele wichtige Situationen bei möglichen Umschaltmöglichkeiten genial gelöst. Ein Tor und immer gefährlich mit seinen Dribblings und Anspielen. Kuman 3. Kann mehr, macht irgendwie viel, aber halt wenig effizient gefühlt. Michael 1 mit Sternchen, keine Worte. Kane 1,5 war mein Käpt'n, bevor Kimmich es wird. Aber einfach ein Mannschaftssinniger Topmann und diese Torgefahr ein Genuss. Ja. Einwechslung. Müller, er bläst Guerreiro definitiv vor Leimer und Davis aktuell. Palinia wirkt etwas überrascht über sein Standing. Vielleicht da er heute, da er heute, da er etwas fahrig. Sané braucht Minuten. Gnabry war top. Weiter so. Denke gegen Leverkusen mit Guerreiro und Gnabry. Der Rest wird bleiben. Geiles Spiel. Weiter so. Mir san mir. Ja, das werden wir sehen, wie es gegen Leverkusen losgeht. Piotr. Bei 0 Torschüssen kann man, finde ich, unseren Torwart auch keine Note geben. Ja, deswegen hat er eine Note 3 gekriegt. Und ne, man kann ihn schon benoten, weil er natürlich auch trotzdem teilweise hochgestanden hat, teilweise nicht, teilweise auch ein, zwei Bälle spielen musste. Das können wir natürlich schon irgendwie benoten. Und wenn wir es extrem positiv sehen wollen, können wir natürlich auch sagen, dass die Innenverteidiger mal nicht so fickrig waren, können wir vielleicht auch ein bisschen auf dem Ulle schieben. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Henning Heuer, Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich bin zwar Dortmunder, aber das wird schwer, lustvolle Bayern einzufangen. Und das ist dann auch ehrlich gesagt verdient. Bayern 0-4 wird wahrscheinlich Zweiter und wird Dritter werden. Aber Bayern wieder so, wie man sie erwartet. Nach vier Spieltagen ist das natürlich völlig verfrüht, sowas rauszuballern. Wir warten mal noch mindestens eine Halbserie ab. Das war's. Mal wieder eine super Analyse. Vielen lieben Dank. Bernd Biesenkamp, FC Bayern mit Kompany. Läuft es super. Aber vor der Bochum sehe ich langsam schwarz. Wenn es weiter geht, bekommen wir gegen Dortmund, Wolfsburg, Hoffenheim und Bayern die nächsten Spiele richtig auf die Fresse. Da bekommen wir richtig den Jack voll. Ja, ich bin leider auch ein bisschen enttäuscht von meiner Bochumer. 2-2 gegen Kiel ist natürlich einfach viel, viel zu wenig. Und ja, bis auf Hoffenheim wären es drei sehr, sehr schwierige Spiele. Das sehe ich eh nicht. Aber wer weiß, vielleicht können sie gegen Dortmund überraschen. Ich kann es mir gerade leider absolut irgendwie nicht vorstellen, leider. Chris, we have the momentum. Ja, Tuchel ist sein Lieblingswort, oder? Max, die Bremer haben es uns auch sehr leicht gemacht. Und Michael und Musiala sind mit der Bremer Abwehr ein paar rohen Karussell gefahren. Meiner Meinung nach wäre meine Note für die gesamte Mannschaft eine 2. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Neberkusen. Da braucht man ein Palinja, um die Abwehr zu stärken. Denn bisher waren die Gegner auch noch nicht allzu schwer. Aber man muss auch den Hut ziehen. Vor so einem Lauf mit vielen Toren. Denn es gibt noch viele Mannschaften, die gegen Bremen oder Kiel es nicht so leicht haben. Ich weiß nicht, ob sie Bremer uns leicht gemacht haben. Weiß ich nicht. Wenn man mal so die ganzen Spiele sieht, war Bremen jetzt ja nicht so super schlecht bisher. Und ich denke, man muss auch mal ein bisschen die eigene Stärke auch mal sehen. Martin Meier, so passt das für mich in allen Belangen. Ich sehe wieder Fuba vom FCB. Und das ist so geil und das tut so gut. Ja, haben wir uns verdient nach der letzten Saison, oder? Andreas, bisher, man kann fast sagen, nur gegen Fallobst gespielt. Nächsten Samstag ist mal der erste Härte-Test, würde ich sagen. Ja, dafür kriegst du von mir einen Daumen nach unten. Michi, was soll man noch zum Spiel groß sagen? Einfach eine tolle Leistung der Mannschaft. Note 2 von mir für das Team. Man of the Match, wissen wir alle, wer das war. Michael. Ganz klar möchte er aber an der Stelle mal ein riesiges Lob an Upa dalassen. Mach weiter so. Seine Leistung in der EV war wirklich gut heute. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Michi, rot-weiße Grüße. Ja, ich hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende. Florian, Frank, ein tolles Spiel. Ich habe mehr von Bremen erwartet. Aber gut, 15-0 gewonnen, der sechste Sieg. Ich frage mich, wer diese Bayern schlagen soll. Bin gespannt, wie sie gegen Top-Teams spielen, weil sie werden nicht immer fünf Tore schießen. Wieder mal top analysiert. Man muss fairerweise sagen, dass wir Bremen halt einfach den Zahn gezogen haben in der ersten Halbzeit. Also nochmal, unsere Innenverteidiger haben jeden Ansatz, dass Bremen mal den Ball in ihren eigenen Reihen hält oder nach vorne spielt, einfach weggepresst. Ja, und die Bälle erobert. Also, wir haben schon einen Riesenanteil daran, dass das Spiel halt so gelaufen ist. Lorenz, eine sehr, sehr gute Leistung unserer Mannschaft und es macht wieder Spaß, die Spiele anzuschauen. Freue mich schon sehr auf das Spiel gegen Leverkusen und bin da sehr optimistisch. Packen wir es. Meine Noten. Ole 3 hätte Manu mit Verletzungen auch geschafft. Leimer, 4,5. Bitte nicht mehr RV. Upa 2, gute Leistung. Minjet 2, endlich mal richtig stark. Kimmich 3, solide. Pavlo 2,5. Spielt immer konstant gut. Coman 5, gar nichts. Jamal 3, er dribbelt eben gerne. Michael 1 mit Sternchen, einfach Bombe der Spieler. Heavy 1, liefert immer Maschine. Rafa 3, Serge 2,5. Die anderen Einwechslungen ohne Benotung. Fazit. Winnie und die Mannschaft sind auf einem sehr guten Weg. Ja, das Fazit unterschreibe ich. Deine Noten gehen ja so ähnlich wie in meine Richtung. Boah. Henning. Kai heißt du. Du gefällst ihm einfach super als Fußballfan. Ich heiß Kai, ja. Und vielen lieben Dank. Sammy. 20 zu 3 Tore in drei Spielen. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen, ja. Ist auch wild, ja. Gehe ich mit. Kevin. Mir geht einfach das Herz auf. Kevin mir auch. Haben wir uns aber auch verdient, oder? Ariza. Michael für mich mit Company, Mann des Spiels. Unmittelbar danach kommt für mich Upa Meccano, dem ich eine 1,5 geben würde. Generell eine perfekte Leistung. Besser geht's nicht bei M5 zu 0. Jetzt kommt das alles oder nicht Spiel gegen Leverkusen. Verlieren wir das, werden 70% der Fans den bisherigen Traumstart vergessen und alles wird in Frage gestellt. Ich freue mich drauf. Nö. Also ich würde, ich, ja. Es kommt natürlich auf die Art und Weise drauf an, ja. Malen wir den Teufel mal kurz an die Wand, sagen wir, wir verlieren 4-1 und haben keinerlei Bock, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, ja. Ähm, dann kann man natürlich alles in Frage stellen, aber keine Ahnung. Sollten wir das Spiel jetzt 4-3 verlieren? Selbst sollten wir es 4-2, 4-1 verlieren, aber wir spielen so, wie wir bisher gespielt haben. Ja, dann gilt es nichts in Frage zu stellen, ja. Also, wir sind halt, das ist das sechste Spiel, ja, mit dieser Art Fußball, also. Wobei ich auch nicht davon ausgehe, dass wir verlieren, das ist nochmal eine andere Sache. Äh, ich kenn dich. Hey Kai, schönes Video. Gruß Ken. Hobby, läuft. Hobby. Flugcat, Kimmich, heute bärenstark. Note 2. Banja. Guten Abend. Ein nahezu perfektes Spiel mit kleinen Wackler. Auch wenn Bremen ein X-Wert von 0 hatte, sind da paar 10 gewesen, die noch nachdenklich machen. Wenn wir uns mal ausruhen wollen, fällt es uns schwer, kompakt zu stehen und den Ball laufen zu lassen. Das muss noch verbessert werden. Was hingegen hervorragend läuft. Das muss noch verbessert werden, was hingegen hervorragend läuft. Äh? Was dagegen hervorragend läuft, sind unsere offensiven Kombinationen. Was er in den ersten 2-3 Spielen nun zu bemängeln war, läuft nun extrem gut. Wir sind nun nicht mehr nur auf Kane angewiesen, was uns gut tut. Was ihm auch sehr positiv auffällt, dass ein Pavlovic so langsam zum Mittelpunkt der Mannschaft wird. Nicht unbedingt auf dem Platz, aber irgendwie geht er sehr offen und positiv auf alle Spieler zu und hebt das Klima im Team an. An der ersten Elf kann man nahezu alle Spieler loben. Mit Abstrichen Coman, er war nicht schwach. Aber eben kein Coman in seiner Prime. Die Wechselspieler waren heute meiner Meinung nach durch Wachsen aus der Knarby. Aber es fällt auch eventuell schwer, von der Bank zu kommen. Es steht schon 5-0 und man ist frustriert. Aufstellung und Wechsel sehe ich zum Beispiel anders. Zum Beispiel hätte ich Müller nicht gebracht. Wenn Goretzka draußen bleiben kann, warum dann nicht auch Müller? Gerade wenn er schon Kane rausnimmt, dann gibt doch Tell die Erfahrungspunkte. Aber das ist das Haar in der Suppe suchen. Coman hat Spielfreude und Einsatz zurückgebracht. PS, nur ein Video gesehen und die Benotung. Gehe damit alle mit. Leimer habe ich nicht ganz so schlimm gesehen, weil er Defensive kaum gefordert wurde. Aber ja, Coman soll das Experiment beenden. Pack Azzinu auf rechts von mir aus auf Goretzka. Aber bitte kein Leimer, er kann es einfach nicht. Ja, kann er nicht. Ich nehme mal deinen ganzen Post und mache den damit zu, dass wir sagen, aber das ist das Haar in der Suppe suchen. Ansonsten sind wir ja im großen Teil einer Meinung. Aber ja, also nochmal. Beim 5 zu 0 ohne einen Torschuss zuzulassen zu haben, ist sämtliche Kritik das Haar in der Suppe suchen. Nickel, das war das beste und dominanteste Spiel seit Pep-Zeiten, mit Sicherheit. Kann mich nett daran erinnern, dass unser Gegner keinen Schuss hatte. Ja, mich auch nicht. Patrick Lee, ich bewirte das Ganze erst in einer Woche nach dem Leverkusen-Spiel. Bis dahin nehme ich 12 Punkte, aber ohne irgendwie abzuheben. Wenn Gegner kommen, welche sich etwas getrauen oder etwas trauen, sieht das Defensiv garantiert wieder ein wenig anders aus als gegen Kiel oder Bremen. Und die, die mich nun anpöbeln wollen, bitteschön, nur zu. Das sind die Ersten, welche in einer Woche wieder alles zerreißen, wenn es gegen Leverkusen schief geht. Es gibt null Gründe abzuheben, es wird doch andere Zeiten geben, leider. Ja, aber wer hebt denn ab? Ja, aber man muss ja auch nichts kleinreden. Also ich glaube nicht, dass viele Mannschaften Bremen so dominieren, wie wir sie dominiert haben. Und das muss man nicht schlechtreden. Man muss den ganzen Saisonstart nicht schlechtreden. Man muss auch den ganzen Saisonstart nicht schlechtreden, sollten wir gegen Leverkusen verlieren. Dann gibt es auch nichts schlecht zu reden. Dann können wir das Spiel gegen Leverkusen, je nachdem wie es läuft, im Detail schlechtreden. Ja, aber deswegen muss man nicht unsere Spielweise oder die ersten Spiele dann schlechtreden. Das sehe ich gar nicht. Dann können wir vielleicht in der Aufstellung von Ninja Kim schlechtreden, ja. Das werden wir sehen, aber deswegen muss man ja nicht alles schlechtreden, was bisher sehr, sehr gut war in meinen Augen. Aber da greifen wir schon vor, warten wir doch, wie du schreibst, warten wir doch erstmal das Spiel ab. Aber ich gehe nicht mit zu sagen, ich warte jetzt auf das Spiel gegen Leverkusen, um die Leistung, die wir bisher gezeigt haben, in den sechs Spielen anzuerkennen. Das gehe ich nicht mit, nee. Die sechs Spiele musst du halt auch erstmal so bestreiten, wie wir sie bestritten haben. Und da sollte man Lob und Anerkennung walten lassen und das Ganze dann nicht an einem Spiel gegen Leverkusen festmachen. Gregor Steinmetz, Top-Spiel und Top-Video. Ja, danke fürs Top-Video. Zum Top-Spiel habe ich keinen Beitrag geleistet. Starbase, Werder Bremen war kein einfacher Gegner, besonders auswärts. Zum Beispiel Dortmund hatte nur 0 zu 0 gespielt in dem Stadion. 5 zu 0 gewinnen ist nicht einfach, das sind meine Noten. Mannschaftsgesamte 0 zu 2, Trainerkompagnie 2. Ulreich 2,5 hatte fast nichts zu tun. und hätte zum Oktoberfest fahren können. Upa 2, bitte diese Form beibehalten und so weitermachen. Kim 2, bitte diese Form beibehalten und so weitermachen. Leimer 4, genau deiner Meinung. Davis 3, gleiche Meinung und Bewertung. Pavlovich 2, Kimmich 3, gleiche Meinung. Moserla 2,5, gleiche Meinung. Odisee 1 plus, 2 gemacht und 2 vorbehalten. Kumman Gnaden, 3,5. Kane 1 plus, 1 Tor und 2 vorbehalten. Aber was macht er, aber was er macht sonst so. Brillant, ja. Gnabry 2,5, gleiche Meinung. Guerreiro 3, alle anderen nicht benotbar zu kurz gespielt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Harald Mayer, wieso kriegt ein Tormann, der nur Schüsse aufs Tor kriegt, die Note 3? Habe ich im Vorfeld, äh, vorhin schon gesagt, brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Jimmy, es gibt fast nichts zu meckern. Michael und Kane ein Zuckerduo. Kumman, Leimer und Sané ein Katastrophentrio. Der Rest ordentlich. Der Fußball erinnert langsam an die Pepzeit. Uzi. Kompagnisverpflichtung wurde am Anfang ziemlich belächelt. Teilweise verständlich durch die Außenwirkung Kommunikations des Vereins oder Medien. Und wie alles Stück für Stück siegeshungriger und besser wird, bis auf Kim, freut mich einfach. Naja, Kim ist ja jetzt in diesem Spiel auch besser geworden. Das Team wächst noch und wird noch Rückschläge erfahren, was absolut in Ordnung in einer Entwicklung ist. Ja, Kompagnis, mein Löwe, mein Bär is cooking. Kevin, Mara ist ein Kimmich-Fangirl. Das würde ich gerne von ihr persönlich hören, bevor ich das glaube. Trust me. Michael ist einfach krass. Mein Bauchgefühl war von Anfang an, als wir uns das Video zu ihm angeguckt haben, dass der Mann einschlägt wie eine Bombe. Ja, ein bisschen hat er das getan. Ryder, was hast du gegen Davis? Hat der deine... Ach, Junge, dein Ernst. Oder war es das jetzt der Smiley? Habe ich dich jetzt umsonst ausgeblendet? War das so ein Sarkasmus-Ding? Ich gucke gleich nochmal nach. Ryder, dann entsperre ich dich wieder. Weil mir ist eingefallen, ich habe den anderen ja schon ausgeblendet, weil er es ja zweimal unter dem anderen dummen Video geschrieben hat. So, doppelte Arbeit, Leute. Anders Trikot an. Ich war schon in der Vorbereitung zum Leverkusen-Spiel, wollte einen Taktik-Fuchs aufnehmen. Da ist mir doch glatt aufgefallen. Ich habe den Ryder ja ausgeblendet. Ryder, ich habe dich wieder eingeblendet. Alles ist gut. Du bist auf jeden Fall wieder zu sehen hier auf dem Kanal. Ja, ich habe da natürlich die Pause-Taste gerückt und habe nicht wieder endpaused. Das heißt, ich muss jetzt wenigstens die Kommentare hier nochmal hinten dran aufnehmen. Bild. Ich habe die Kommentare aus der PKW-Edge auch noch gemacht gehabt. Die schenke ich mir jetzt. Aber die habe ich auf jeden Fall gelesen. So wie ich diese hier auch alle schon mal beantwortet hatte. Deswegen habt ihr auch alle schon ein Herzchen. Aber der Vollständigkeit halber, da es nicht ganz so viele sind. Ja, mache ich den ganzen Mums nochmal. Kevin, Mara ist ein Kimmich-Fangirl. Das würde ich gerne von ihr persönlich hören, bevor ich das glaube. Ja, trust me einfach. Mike, das ist einfach krass. Mein Bauchgefühl war von Anfang an, als wir uns das Video zu ihm angeschaut haben, angeguckt. Dass er mal einen Einstieg wie eine Bombe. Das hat er bisher auf jeden Fall, ja. Ben, Servus zusammen und eines vorweg. Kritik, die ich anbringen möchte, ist nur meiner Meinung. Und jammern auf sehr hohem Niveau. Sorry dafür. Punkt 1. Habt die Aufstellung nicht verstanden. Davis plus Leimer und kein Palinier. Spielpraxis für Leverkusen. Die linke Seite war im Gegensatz zu rechts sehr unauffällig. Punkt 2. Warum nicht Telfer Kane? Auch er könnte etwas Aufbau und Vertrauen gebrauchen. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Und jammern auf sehr hohem Niveau. Insgesamt war ich begeistert, wie sehr die Mannschaft wollte und den Gegner nie ein Spiel hat kommen lassen. Hab lange kein so gutes Bundesligaspiel mehr sehen dürfen. Danke Vini auch die Wechsel zur rechten Zeit. Habe dennoch ein wenig Angst, wenn ich an die Spiele gegen Wolfsburg und Zagreb zweiter Halbzeit denke. Zagreb hätte auch 3 zu 3 stehen können und was dann? Ja, dann hätten wir 6 zu 3 gewonnen. Leverkusen wird es uns nicht so einfach machen und bin gespannt, ob wir es schaffen, an diese Klasse spielweise anzuknüpfen. Soll dies der Fall sein, werde ich nie wieder kritisch kommentieren. Tolle und ehrliche Kommentare von dir. Bitte weiter so. In diesem Sinne, rotweise Grüße, Ben. Ja, zu Tell und Cain, Tell und Müller, muss man fairerweise sagen, also erstmal verstehe ich deinen Take, aber man muss halt fairerweise sagen, es geht gerade anscheinend nach Leistung bei uns und da sollte man jetzt auch nicht von abweichen. Und von Tell die Leistungen waren leider schlecht. Und Müller hat sehr gut gemacht nach seinen Einwechslungen, von daher konnte ich das schon nachvollziehen. Ja, muss halt ein Tell jetzt erstmal wieder im Training rechtfertigen, dass er weitere Chancen bekommt und Müller außen vor ist. Ansonsten verstehe ich den Ansatz, aber wir können jetzt nicht anfangen und sagen, wir setzen das Leistungsprinzip für junge Spieler außer Kraft, weil sie jung sind. Also das ist meiner Meinung nach auch nicht Sinn der Sache. Wegen Palinja, ja, bin ich bei dir. Ja, aber wie das Spiel gezeigt hat. Ist da auch nicht anders nötig. Wir werden sehen, ob wir Palinja gegen Leverkusen sehen werden. Mehr dazu, dann eben meinen Taxik-Fuchs. Nicht gleich aufnehmen. Schlimmerer Finger, das hier ist die beste Bayern-Analyse, die ich jemals gesehen habe. Vielen lieben Dank dafür. Kurt Lonne, ich muss mir das Spiel jetzt mal angucken. Ich höre immer 6 zu 1, 9 zu weiß, was weiß ich. Und jetzt 5 zu 0, dachte ich mir. Hm, für den Anfang nicht schlecht. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das läuft, oder? Ja, das läuft. Eugen Becker, Ulreich 3, Upa 3, Davis 4, Minjay 3, Leimer 4, Kimmich 3, Pavot 2, Coman 4, Musiala 3, Michael 1, Kane 2, Knabry 3. Gut, das ist ja sehr ähnlich zu meinen, ne? Patrick Brasser, sehr stark wie vorholtet. Jo. Dordomuzdaku. Ich habe mal in einem Spiel auch ein Tor geschossen und dennoch nur Torschüsse gehabt. Man hat mir in die Fresse geballert und der Ball ist daraufhin ins Tor geflogen. Okay, wild. Passiert aber schon mal, aber zählt das dann nicht trotzdem als Torschuss? Oder hat der Ball so stark die Richtung verändert? Wild. Aber Glückwunsch oder Mitleid, je nachdem. Zocko, als Barca-Fan dachte ich, wir kriegen endlich unsere Wunsch, aber was macht Bayern denn momentan? Ja, ich denke, wir werden trotzdem ein gutes Spiel sehen gegeneinander. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Dude, man stelle sich vor, nächste Saison kommt noch ein Witz dazu. Ja. Und ein Mosella ist weg, stelle sich mal vor. Bernd Biesenkamp. Kim Upa habe gut gemacht. Brauche Zeit, paar Spiele. Okay. Peter Waldbauer. Ah, Mannschafts-Norosan gibt auch. Ja. Bilal. Ulissee. Ich nenne ihn Michael. War gut. Kane sowieso. Äh, Schuatiz. Manchmal leierst du mir das Ganze zu sehr runter. Äh, joa. Haben wir das 1 zu 0 gemacht, das 2 zu 0 nachgedeckt. Gerne mehr Emotionen für die positiven Dinge. Du klingst so langweilig absurd, dass du nur abgehst, wenn es alles negativ ist. Gerne mehr positive Emotionen. Ähm, nö. Wenn es dir nicht passt, schau hier nicht, ne? Ja. Warum soll ich mich jetzt hier hinstellen und einen Affen machen, wenn ich mich nicht danach fühle? Ganz einfache Kiste. Also ich mache hier keinen Affentanz, nur damit hier irgendjemand glücklich ist und sonst sowas. Also ich bin fast 50 Jahre alt. Ich bin, wie ich bin. Ich werde mich nicht mehr ändern und werde das im Sicherheit nicht für irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, auf YouTube tun. Also wie gesagt, passt dir das nicht. Guck woanders, ja? Schön. Gar kein Problem. Ich respektiere deine Meinung, aber wie gesagt, ich werde mich nicht ändern. Ja, wenn dir das zu langweilig ist oder zu was, zu wenig Emotionen drin sind. Ja, wie gesagt, dann schau halt einfach hier nicht zu, ne? Ist doch gar kein Problem. Guck dir andere an, die da rumspringen wie Idioten und sich zum Affen machen und, ja, auch wegen mir ist das völlig fein. Ludwig, würde mich mal interessieren, was Tuchel falsch gemacht hat. Diese Truppe ist definitiv stärker und schneller. Naja, Tuchel hat ja schon eine ganz andere Art, Fußball spielen zu lassen. Und Tuchel hat natürlich auch Teil der Mannschaft von Anfang an in der Saison abgesägt und dann trotzdem wieder an ihnen festgehalten und so. Das war schon sehr wild. Aber da haben wir genug Analysen zu gemacht, was unter Tuchel falsch lief. Das müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen. Da freuen wir uns daran, wie es gerade läuft und mal einen Haken hinter Tuchel machen. Deepthrow. Gut, dass der Trainer nicht auf die Leute hört, die Kimmich als Rechtsverteidiger sehen wollen. Ja, deswegen spielt Kimmich auch jedes Spiel. 33% seines Spiels als Rechtsverteidiger. Andreas Wagner. Bisher, man kann fast sagen, nur gegen Fallobst gespielt. Nächsten Sonntag, nächsten Samstag ist dann mal der erste Härtetest, würde ich meinen. Ja, da kriegst du von mir einen Daumen nach unten für. Völliger Schwachsinn in meinen Augen. Aber das kann ja jeder für sich sehen. Imperium. Das Company heute einen Müller anstatt Telfel-Kane bringt, fand ich schon derbe. Ja, habe ich ja schon mal dazu gesagt. Real King. So, Pause. Bei 1,40 gemacht. Haha, Kai, das wäre wohl erst, wenn der Titan noch das Tor hüten würde. Da gibt es einen Griff in den Nacken, ein zartes Knabbern am Kinn und der Minja ist wie neu geboren und holzt alles weg. Kai, du kannst doch sowas nicht sagen. Auf so einen Zug springe ich doch glatt auf. Konnte das Spiel leider nicht sehen, aber deine Reaction wird dem Live in nichts nachstehen. Bevor ich wieder das Video starte, hast du mehrfach das Wort Maschine wieder benutzt. Frage nur, da die Kommentare voll damit sind. So jetzt rein in den Bumsen los. Das kann gut sein. Ich bin ein alter Mann. Ich habe das schon wieder vergessen, wenn dem so war. Kevin, was ist denn hier? Was ist denn das hier, Kai? Nur absagen meinen Tickets. Ja. Wird Zeit, dass du die Millionen Abos knackst und deinen Mitgliedern hier mal Tickets für die Südkirche bescherst. Nicht, dass GB noch eine Ansage raushaut. Erstmal glaube ich, ich könnte auch die 10 Millionen hier knacken. Da könnte ich immer noch keine Tickets besorgen. Das Problem ist einfach, ja also früher ging das ohne Probleme. Ich habe früher immer 5, 6, 7, 8 Tickets gekriegt pro Saison. In den letzten Jahren ist das einfach nicht mehr möglich. Das liegt halt einfach daran, wenn man so viele Mitglieder hat, ist der Pool jetzt halt so groß und ich sage euch, wie es ist, bekomme ich diese Saison wieder nicht ein Ticket, hat sich das für mich auch erledigt. Dann werde ich auch keine Tickets mehr bestellen. Über die Regelung kann man mit sich ja diskutieren. Die ist gerade aktuell einfach für den Arsch, meiner Meinung nach. Es ist halt so, dass jedes Mitglied ein Recht hat, Tickets zu bestellen und das ausgelost wird, ohne anhand irgendwelcher Kriterien, zumindest ist das mal nicht so stand. Und wenn du davon die Dauerkarten abziehst, wenn du davon diese Riesenmenge abziehst, die allein an Fanclubs geht, dann die Tickets abziehst, die Sponsoren bekommen, dann werden nicht mehr so viele Tickets über sein, die dann an die paar hunderttausend Mitglieder verlost werden. Ja, Möglichkeit wäre nur, ein Fanclub beizutreten, wenn du dann natürlich je nach Größe des Fanclubs und nach Dauern, Lebensdauer des Fanclubs siehst du dann vielleicht ein, zweimal im Jahr Karten kriegen und umso größer, umso länger der Fanclub da ist, vielleicht auch mal öfters. Haben wir ja schon mal gehabt, das Thema. Mir fehlt einfach die Zeit, mir fehlt die Zeit, einen Fanclub zu gründen und da der Vorsitzende zu sein und alles da. Weil das ist ja nicht nur einfach damit getan, man gründet einen Fanclub, du musst ja dann verschiedene Ämter besetzen, Schatzmeister, Blasölz und so weiter und so fort, alles. Ähm, die Zeit habe ich leider einfach nicht. Und ja, mich irgendwie in einen anderen Fanclub anschließen, ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich bin nicht diese Art Bayern-Fan, der dann in irgendwie so einem 50er Bus da sitzt und sich die Birne vollkippt oder da sitzt und dann 30 diese anderen Leute sich die Birne vollkippen und das ist nicht meine Art, Fußball zu schauen. Das war früher der Fall, ja, natürlich nehme ich mich gar nicht raus, aber das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Und von daher ist es gerade so, wie es ist. Ist schade, auf jeden Fall. Aber naja, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, wer weiß. Aber, dass ich schon wieder für Bochum und so Absage gekriegt habe, das ist halt immer immer so ein Schlag in die Fresse. Also ich bin der Meinung, man sollte dann schon, wenn man seit 20 Jahren oder mehr Mitglied ist beim FC Bayern und aus einer Region kommt, wo Bochum, Dortmund Spiele sind, dann sollte man vielleicht auch mal die Fans, die dort sind, vielleicht mal bevorzugen und damit die da auch mal auswärts die Mannschaft unterstützen können. Gut, auswärts gibt es noch weniger Karten. Ja, alles schwierig, wa? Ihr seht auch, ich habe hier schon das Leverkusen-Logo drin. Erschreckt euch nicht, ich bin da schon eigentlich ein Video weiter gewesen, aber ja. Wollte das jetzt noch hinten dran schieben und von daher. Leute, vielen lieben Dank für eure Kommentare und vielen lieben Dank für euren Support und dann geht es jetzt für mich auch volle Konzentration auf Leverkusen. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand tränen. Tschüssi. Und da sind wir da schon einmal hin. Das ist das große große Äpfchen. Danke. Ich bin da schon mal hin. Ich bin da schon mal hin. Ich bin da schon mal hin. Vielen lieben Dank für euren Support. Wir haben da schon mal hin. Ich bin da schon mal hin. Und da schon mal hin. Untertitelung des ZDF, 2020